Du möchtest deine Mannschaft im Athletikbereich besser machen, hast du aber keine Ahnung wie das geht? Kein Problem, sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich euch noch eine witzige Übung für die Torhüter vorbereitet, die die Torhüter zum Aufwärmen machen können. Und dafür braucht ihr nur eine Hallenecke. Das hier ist eine Weichbodenmatte, also eine große Weichbodenmatte und zwei Kisten. Und dann jede Menge Zeug, Bälle, Tennisbälle, Tischtennisbälle, Plättchen, Hütchen, Pilonen, vielleicht leere Wasserflaschen, alles mögliche, was man irgendwie werfen kann. Ist nicht so wichtig, was es ist. Können auch Leibchen sein, aber am besten ein bisschen was Schwiereres. Und jetzt steht, hier ist die Hallenecke, das heißt hier ist eine Wand, hier ist eine Wand. Und hier ist eine Weichbodenmatte. Durch diese Weichbodenmatte kann der Torwart nicht sehen, wo der andere Torwart steht. Und jetzt ist die Aufgabe vom anderen Torwart, der hier steht, immer Sachen rüberzuwerfen. Das heißt einzeln eine Sache rüberzuwerfen über die Weichbodenmatte. Und der Torwart hier muss schnell reagieren. Wo kommt die geflogen? Kommt die links geflogen, rechts geflogen, in der Mitte geflogen? Was ist das? Und dann muss er sich schnell bewegen und diese Sache fangen, bevor sie auf den Boden fällt. Und der Torwart auf dieser Seite kann natürlich auch mit Bällen zum Beispiel die Wände benutzen und den Ball hier gegenwerfen. Dann muss der Torwart sich drehen oder hier gegenwerfen und dann kommt ein Rebounder. Das heißt, dieser Torwart hier soll einfach nur alle Gegenstände fangen, bevor sie auf den Boden fallen. Und wenn der jetzt hier einen gefangen hat, dann zack, geht er hier hin und legt das in seinen Kasten. Geht wieder in Ausgangsstellung und dann kommt das nächste Teil geflogen. Er schnappt es sich wieder, legt es in den Kasten und so weiter, bis hier alle Sachen gefangen wurden und der Kasten leer ist. Und dann kann dieser Kasten einfach hier rüber geschoben werden, dieser Kasten wird hier rüber geschoben und die Torhüte tauschen. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com Mach's gut, ciao!